Musik Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zum Casual Games Sunday, dem Format in dem ich euch Gelegenheitsspiele vorstellen möchte. Und diesmal mit Too Fast for Gnoms, was vielleicht nicht unbedingt Casual ist, weil das ganz schön schwer werden kann. Jedenfalls ist das Spiel ein Autorunner-Platformer von Cubic Games. Kam 2012 raus und gibt es für die Wii und für den Nintendo 3DS. Die 3DS-Version spielen wir gerade. Kostet im eShop 500 Wii Points oder 5 Euro ungefähr. Und ja, davon gibt es auch eine Demo, die man kostenlos downloaden kann und ausprobieren kann. Also vielleicht ist das ja auch was für euch. Ein Spieler ist ab 6 Jahre alt und wir legen mal direkt los. So, ich habe hier schon ein paar Levelchen gemacht. Und wir starten einfach mal beim ersten. In a kingdom not so far away, there is a weird dancing castle. Inside sits a king very wise, his mustache strong and bushy. The kingdom needs a hero. You must find a princess and collect socks. Now go, brave gnome, your king commands you. And do not come back without a princess bride and hundreds of socks. Ja, das ist die Geschichte und wir legen direkt los. Und er rennt natürlich automatisch. Mit A können wir springen. Und wir sammeln Socken. Und die Musik, die ist so irre geil. Die ist so geil. Ich liebe es. Und das war schon das erste Level. So, für den Einstieg war das doch ganz nett. Wunderbar. So, und das ist echt ungewohnt, mit einem Mikro vor dem Gesicht vom 3DS aufzunehmen. Endlich habe ich auch die Möglichkeit. Das ist voll toll. Und wir können jetzt unsere Unterhose rausholen. So, wir versuchen natürlich alle Säckchen zu sammeln, was uns auch gelungen ist. Bis jetzt noch ganz einfach. Bis jetzt. Das wird gleich noch wesentlich schwerer. Hier bin ich zum Beispiel zweimal gestorben. Mal sehen, wie ich mich jetzt anstelle. So, dann wollen wir mal. So, hier gibt es noch kleine Pilzchen zu drücken. Damit das da runter geht. Und Speicherpunkte sind immer gut. Oh nein, ich habe Socken verpasst. Och nö. Schade. Diesmal nicht alle Socken. Dafür aber nicht gestorben. Das ist schon mal gut. So, nächstes Level. So, später kann unser kleiner Gnom auch... Oh! Ich hätte oben lang gemusst. Später kann unser kleiner Gnom auch mehr. Jetzt habe ich... Oh nein, oh nein! Oh nein! Ich muss unten lang. Was? Wie? Oh Gott. Ich sage ja, es wird... Hallo! Es wird schwer. Ja. 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 Oh Gott. Och Mann! Man muss sich die Strecke auch irgendwie gut merken können. Wie komme ich denn da oben hin? Naja. Egal. Wir haben es... ...so weit geschafft. Wenn auch nicht perfekt. Und wir starten ins nächste Level. So, los geht's. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Speicherpunkt. Ich hätte gern die anderen Socken noch gehabt, aber... Man kann ja nicht alles... Aua! Man kann ja nicht alles haben. Verdammt! Oh Gott! Mann! Jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Oh Gott! Nein! Da hätte ich nochmal die Unterhose rausholen müssen. Mist! Das ist gar nicht so einfach. So, jetzt aber geschafft. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Na, diesmal war ich ein bisschen besser. Mal schauen, wie es weitergeht. So, hier hatte ich aufgehört zu spielen. Mal sehen, wie das Levelchen hier wird. Ui! Oh, ich hätte springen sollen. Nein! Oh Gott. Okay. Safepoint. Gott sei Dank. Hui! Eine Socke verpasst. Schade. Nein, 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 nein! Mist! Mist, Mist, Mist. Nein! Das muss doch gehen. Das gibt's doch nicht. Ah, wir kriegen das hin. Irgendwann. Oh Gott. Dankeschön. Gar nicht so einfach. Da muss man echt flink sein. So, wir schauen uns mal dieses Level hier an. Ich kam auch schon mal weiter, nur waren meine Spieldateien nicht mehr vorhanden. Warum auch immer. Aber man weiß es nicht. Oh, genau. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Nein, 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 nein. Nein. Oh Mist. Mist, Mist, Mist. Das erfordert sehr viel Konzentration. Oh Gott. Nein! Ich hab's doch fast geschafft. Mist. So. Oh Gott sei Dank. Vier Socken haben wir leider verpasst. Oh je. Oh je. Oh je, Mini. So, dann sind wir hier. Bin gespannt, wie die Prinzessin aussieht. Ui. Oh. Hilfe. Gut, dass da ein Speicherpunkt war. Wow. Nein, 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 nein. Das war doof. Scheiße. Warum der König so viel Socken will, ist mir ein Rätsel. Aber, naja, schon wieder. Was tun wir nicht alles für den König? Ah Mist. Hier hätte ich nochmal richtig springen sollen. Wui. Ach, geschafft. Fünf Socken fehlen uns nur. Und wir sind nur zweimal gestorben. Dafür hätte ich aber noch einen dritten Stern verdient. Gut. Mal sehen, ob wir diese Welt hier noch abschließen können, wenn ich mich nicht zu doof anstelle. Klappt doch ganz gut gerade. So, hier, da, zack, zack, zack. Nein. Zu weit gesprungen. Da bin ich zu weit. Äh. Ha. Huh. Ha. Wow. Nein, nein, nein. Das war doof. Manchmal hole ich zu oft meine Unterhose raus. Ha, ha, ha. Ach so. Okay. Weißt du Bescheid. Manchmal muss man sich Streckenheit vorher ein bisschen angucken. Ehe man sie durchspielen kann, ohne zu failen. Da hätte ich es fast wieder getan. Ach, die Musik ist irre. So. Ich glaube, hier gibt es wieder solche Luftströme. Oh ja. Oha. Verdammt. Okay, schon mal ein Speicherpunkt. Sehr gut. Was war das? Mist. Mist. Nein. Mist. Nee, 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 zäh, zäh, äh. Oh, hier muss ich mich hart konzentrieren. Scheiße. Okay, okay. Oh. Juhu. Ein Speicherpunkt. Wow, 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 wow. Was wird denn das? Was wird denn das? Ja. Geschafft. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Oh yeah. Oh yeah. Kommen wir jetzt in die nächste Welt? Ja. Bist du die Prinzessin? Oh. Oh. Erstmal fett abknutschen. Es. Oh. Der Frosch wurde zum Einhorn. Okay. Und er flüchtet. So, wir sind nun in der nächsten Welt. Und wir können auch noch nach unten drücken, um solche Stämme zu rammen. Aua. Kann ich das gedrückt halten und das bleibt dann so oder hört das irgendwann auf? Nee, kann ich gedrückt halten. Wunderbar. Irgendwann kommt das dann noch in Kombination mit hoch und runter und scheiße. Hoch und runter drücken. Und das kann einen doch hart verwirren. Nein. Nein. Mist. Wir kriegen das hin. Nein. Wenn man dann Teile des Levels vergisst und nicht springt oder so, ist das natürlich auch scheiße. Es ist so schwer. Und es ist eine Herausforderung. Also, dieses Spiel ist für jeden Ausraster gut. So, wir können auch durch die Stürme rennen, ohne dass wir mitgerissen werden. Wow. Siehst, das meine ich. Das ist so hart verwirrend. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, das hier werde ich schon nicht schaffen. Boah, scheiße. Das ist so hart. Nein, da waren Stacheln. Die habe ich nicht gesehen. Ich gehe gleich in mein Bett hin und heule. Nein. Oh Gott. Das ist so hart. Es ist so hart. Ja. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Ich bin nicht oft gestorben. Nein. Ganz und gar nicht. Es ist so hart anstrengend. So, nächstes Level. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Was zur... Was zur Hölle. Was zur Hölle war das? Oh, ich habe das überlebt. Welch Wunder. Ich habe das... Scheiße. Oh Gott. Nein! Ich war doch fast durch. Achso, ich hätte so fliegen sollen. Okay. Wow. Wow. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Oh Gott. Das ist ja schwierig. Weiter geht's. Oh. Okay. Nein. Was zur Hölle? Ich schaffe ja nicht mal die erste Hürde hier. Wow, 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 wow. Ich habe nach unten gedrückt. Man kann hier so hart durcheinander kommen. Alter. Jetzt wäre ich fast scheiße mitgerissen worden. Das war der falsche Knopf. Mitgerissen worden von diesem Scheißsturm. Boah ey, das ist... Falscher Knopf. Ich komme gerade so durcheinander mit der Steuerung. Ja, Speicherpunkt. Ui. Nein. Das war so nicht geplant. Okay. Geschafft. Hui. Uiuiuiuiui. Das ist so einstrengend. Habe ich noch nicht oft genug gesagt, ne? So, ich versuche jetzt auch mal... ...das Level hier zu meistern. Toll. Na, Alter. Wieso springt der da so komisch? Oh yeah. Nein. Was? Alter, das geht doch auf keine Kuhhaut. Yay. Oh Gott. Geschafft. Oh yeah. Oh yeah. Oh Gott. Das nächste Level werde ich noch versuchen. Und es müsste doch jetzt eine Sequenz kommen, oder? Nee, keine Sequenz. Schade. Okay, versuchen wir das hier noch. Und dann würde ich sagen, beende ich meine Wutausbrüche. Okay. Ah, man kann kleine... Oh, scheiße. Man kann kleine Sprünge machen. Kannte ich bis jetzt auch noch nicht. Nein. Nein. Da musste man springen. Alter. Okay. Schon mal ein Speicherpunkt. Wow. Scheiße. Okay, noch ein Speicher. Nein. Falscher Knopf. Verdammt. WTF. Okay. Nein. Was zur Hölle? Achso. Nein, nein. Ich habe schon nach unten gedrückt. Mist. Nein. Nein. Ich bin gerade ein bisschen zu doof dafür. Mist. Okay. Geschafft. Wow. 13 Tode. 13. Aber dafür fehlt uns nur eine Socke. Wie geil. Sehr gut. Gut. Ja, das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Und... Wow. Es ist so... Es wird so schwer. Man kommt so durcheinander dann mit den Knöpfen und so. Aber... Ah. Das war es dann mit... Kann ich hier noch... Ich kann hier in den Credits spielen. Wie cool. Aber etwas lahmarschig. Jedenfalls war es das dann für heute. Für den Casual Games Sunday. Wenn ihr noch weitere Vorschläge für solche Spiele habt, gerne in die Liste schreiben. Die ist unten... Oh Gott, wie mache ich das denn? Okay, spring. Gerne unten in die Liste schreiben, die verlinkt ist. Da ist so ein Formular. Spielevorschläge. Casual Games Sunday. Da könnt ihr euren Spielevorschlag reinschreiben. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr verzweifelt bei dem Spiel genauso wie ich. Oder ich bin nicht die Einzige, die hier total versagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.